Willkommen liebe Fliegerkameraden hier bei Modellpilot.eu. Heute haben wir natürlich auch die Ehre, die Schweizer Mannschaft vorzustellen. Und lieber Burkhardt, komm mal vor. Ach, ich wurde. Tu mir einen Gefallen. Erklär mal ganz kurz, habt ihr ein Qualifying gehabt, um dort mitzumachen? Jawohl, wir haben jedes Jahr eine Schweizer Meisterschaft und dann eben so zwischen 10 und 15 Piloten teilt. Und die besten sechs, die sind jetzt hier dabei. Könntest du sie einfach mal vorstellen? Gut, dann starten wir hier ganz längst mal mit dem Roger Thoma, dann den Martin Zalmaz und dann der Adi Sen hier hinten. Dann der Peter Hütte, die man an dieser Seite und der Retazen, der mehr zur Zeit. Okay, danke. Lieber Burkhardt, schön, dass wir uns heute mal so ein bisschen näherlos erfahren können. Welche Maschinen haben wir denn hier vorne mit ihr eigentlich? Am besten gibt diese Information vielleicht der Roger, was ist deine Maschine? Vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Okay, also das ist die Horker Panther. Ich fliege hier jetzt schon zum zweiten Mal, in Israel war sie das erste Mal dabei. Die gleiche Maschine der Reto und bekommt das an den Kick mittlerweile. Natürlich nicht so im Scale-Finish, aber doch sehr, sehr brauchbar. So, dass man auch Punkte damit bei den statischen Bauwerten machen kann. Ich fliege sie mit einer Jet-Cat, 460 SX, das ist das Radio von Interesse, die von Gaba, RC-Anlage. Ja, ich habe schon einige Stunden drauf. Hier bei der Wärme ist vielleicht ein bisschen untermotorisiert, da hätte ich gern ein Kilo mehr. Wir haben doch über 35 Grad hier, das spüren wir dann schon, aber sonst ist das Glück, hast du rein hier und rein. Lieber Ronny, danke für die Ausführung, lieber Burkhardt. Habt ihr noch Wünsche, an Nachhause zu richten? An die Frauen, die zu Hause geblieben sind, an die Frauen, die hier sind, Dank aussprechen wäre möglich. Frauen, Fritz, deine ist zu Hause. Hallo Heidi, viele Grüße aus der USA. Also das gilt jetzt für alle, die im Hintergrund uns auch das Hobby auch ermöglichen, die Frauen, die auch immer wahrbrachten, wenn wir aus dem Keller wieder rauskommen. Und toi, toi, toi an euch. Ihr seid eine tolle Mannschaft, es ist ein tolles Team, der Zusammenhalt, ist toll, die Kameradschaft, ist vorbildlich, wie ich das hier so gesehen habe als Außenspieler. Und lieber Burkhardt, deine Mannschaft. Okay, gern geschenkt. Danke. Bitte. Danke. Danke.